hallo und herzlich willkommen liebe leute ja ihr habt in kicke denke ich mal gelegen bitte helft mir bei kickcock ja leute ich habe mir jetzt auch die app heruntergeladen kickcock und ja ich halte euch ein bisschen hier ein bisschen bei fortnite und so es geht gar nicht um fortnite eigentlich geht es geht um kickcock aber naja egal jedenfalls leute wer mir helfen will dass ich bei kickcock erfolgreich war dass ich die abo bekommen und alles meine community hängen die nummer alles in der infobox unten und da könnte ich noch mal einen kommentar bitte helft mir leute ich habe keine ahnung was ich von dem video machen geil bei kickcock ich habe keine ahnung von kickcock das ist heute ein shop ginge aber ich sag euch doch immer heute noch was hier im shop geil ist und was nicht da gar ich euch jetzt genug gell und ja bitte helft mir leute ich habe keine ahnung was ich bei kickcock von dem video machen soll dass ich erfolg bekomme gar ich abo bekomme ich habe keine ahnung ich kenne mich mit kickcock nicht auch leute bitte helft mir unten unten in der community hallo nicht community und unten in der infobox ja leute ich bin mir ganz lange heute unten in der infobox habe ich reingepackt meine handy nummer meine community händin nummer oder meldet euch einfach bei mir über phm oder wo ist egal leute bitte helft mir in der kommentar habe ich auch noch mal reingepackt meine community händin nummer also bitte meldet euch helft mir bitte ich auch bei kickcock ein bisschen erfolg habe leute weil ich habe gesagt bei kickcock null abonnenten und ja leute das ist kacke also bitte helft mir bei kickcock und ja bitte helft mir leute ich bei kickcock auch erfolgreich war weil auf instagram habe ich 400 follower und auf youtube wie ihr wisst ja ihr geht es ja feikhaugen abonnenten und ja auf kickcock habe ich nur abonnenten also bitte helft mir leute ich weiß nicht wach von dem video ich mache auf kickcock wach ich kann machen wach ich hochladen goll ja bitte leute helft mir weil ich habe keine ahnung von kickcock bitte helft mir danke mehr wollte ich nicht und unten in der infobox habe ich noch mal reingepackt meine community händin nummer für die leute die mir helfen wollen meldet euch bitte auf whatsapp bei mir oder meldet euch auf phm bei mir alles unten in der infobox und noch mal eine kommentare und ja bitte helft mir danke danke